Die FPÖ stürmt schier unaufhaltsam Richtung Ballhausplatz. Alle Umfragen bescheinigen der Partei von Herbert Kickl Platz 1. Momentaufnahmen, so die Standardphrase der Konkurrenz. Manche Meinungsforscher sehen die FPÖ zwischen 30 und 32 Prozent, ÖVP und SPÖ abgeschlagen bei 21 bis 23 Prozent. Doch stimmen diese Rechnungen tatsächlich? Christoph Haselmayr, Leiter des Instituts für Demoskopie und Datenanalyse, ist skeptisch. Auch er hat die FPÖ vorne, doch 30 oder mehr Prozent gehen sich nicht aus. Das sind Fehlhochrechnungen. Wie der Meinungsforscher darauf kommt? Haselmayr hat Umfragen für die Nationalratswahl in Großstädten durchgeführt. Fazit, da liegt die FPÖ fast durchs Wegs bei unter 20 Prozent. Das heißt, die Blauen haben ein Problem mit urbanen Bereichen. Sie müssten am ländlichen Bereich mindestens 40 oder mehr Prozent erreichen, um bundesweit bei 30 plus zu landen. Das ist nicht realistisch. Haselmayr hat die FPÖ daher stabil bei rund 27 Prozent. Auf dem Land, wo die FPÖ stark punktet, gäbe es aber auch die Bauernschaft. Und die wählt zu 75 Prozent die ÖVP. Der Meinungsforscher betont aber auch, dass man keine Schlüsse von den Wahlen in Salzburg und Innsbruck für die bundesweite Wahl ziehen dürfe. Dies seien Regionalwahlen gewesen. Ein weiterer Punkt, weshalb auch blaue Bäume nicht in den Himmel wachsen, ist quasi massenpsychologischer Natur. Das ist die Lösung für Österreich, sowas ist die Lösung für Österreich. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020